jo moin moin liebe youtube-süchtigen ich wollte mich mal wieder auskotzen hier ich wollte mich mal wieder beschweren über youtube also ich weiß nicht ob euch das aufgefallen ist aber ich kann im moment so gut wie keine videos mehr gucken und benutzerdefinierte trommels kann ich auch während dessen ich hochlade nicht mehr installieren das heißt ich muss jetzt das video hochladen muss es auf privat stellen und wenn es dann hochgeladen ist dann habe ich die möglichkeit eben das benutzerdefinierte dazu zu fügen also dass das das kotzt mich an mich echt an was macht keinen spaß mehr das nächste ist ich habe ja auch meine videos monetarisiert und ich muss feststellen dass ich in letzter zeit also dass der gewinn oder die gewinnbeteiligung bei youtube eigentlich ziemlich zurückgegangen ist ich habe früher eigentlich bei denselben video aufrufen mehr verdienst gehabt wo man mal so sagen meinen verdienst da kann man sowieso ja nicht von reden aber das ist alles ein bisschen zurückgeschraubt worden dann was mich aber am meisten stört ist ich kann im moment eigentlich so gut wie keine videos mehr angucken ich muss da schon mein tablet nehmen mit der youtube app dass ich da überhaupt was gucken kann aber mit dem pc ist das so gut wie gar nicht mehr möglich nicht nur mit meinem einen pc sondern mehr ich habe auch mehrere oder laptop und so weiter und es ist gar nicht mehr möglich da irgendwelche videos anzugucken viele sagen ja es liegt irgendwie an den provider oder sonstiges und ich muss sagen das kann nicht so ganz stimmen also laut geschwindigkeit test von meiner dsl leitung also ich habe hier eine standleitung bei mir von kabel und ich habe quasi 100.000 leitung allerdings ist das bei mir so dass ich ziemlich weit von der von dem kasten weg wohnen und ich im prinzip 70.000 habe so laut geschwindigkeitsmessung trotz sämtlichen geräten die hier im haushalt mit dem internet verbunden sind habe ich immer noch eine super leistung download geschwindigkeit von so um 60.000 und bei upload liege ich ungefähr bei 6000 und auch wenn ich jetzt dateien runterlade wie zum beispiel service pack 1 oder irgendetwas also eben größere dateien das geht rucki zucki ist also alles kein problem das ist alles so geblieben das einzige problem ist eben google beziehungsweise youtube alles was mit flash player zu tun hat und solche sachen ist extrem langsam geworden beziehungsweise funktioniert gar nicht so habe ich mir dann gedacht ja gut wenn es in einem flash player liegt dann man kann ja bei windows hier bei youtube auch umschalten dann kann man eben diesen anderen player nehmen den fragen jetzt nicht wie er heißt und auch das habe ich getestet aber auch das ist nicht möglich darum frage ich mich so langsam geht hat so ein bisschen bergab mit youtube da oder mit google seit dass da alles globalisiert worden ist will ich mal so sagen wird es doch zunehmend schlechter das fängt schon mit mit dem kanal designs an oder mit eben bestimmten sachen wie eben beim video hochladen das es umständlicher wird meines erachtens umständlicher wird denn früher war es einfach ein video hochladen zack drum mal drauf fertig und dann war die geschichte gelaufen das hochladen selber klappt eigentlich wunderbar also von der geschwindigkeit her ich habe meisten filme die ich so hochladen liegen so um zwei gigabyte weil ich die mpg format mache und nicht in mp3 mp4 ja das lichter hängt damit zusammen weil meine hardware mpc nicht dafür ausreichend ist dann dauert das so lange wenn ich das dann weil ich nehme die videos ja meist in mpg auf und wenn ich die dann umformen in mp4 dann dauert das bei mir ewig also dann brauche ich für für ein und und film machen da ich weiß nicht eine halbe nacht oder was und deswegen mache ich eigentlich mpg format ist für mich beim pc einfach schneller weil ich dann eben weil dann meine videoschnittprogramme dann eigentlich schneller arbeiten so also das ist aber auch nicht das problem das was mich einfach stört jetzt im moment hier und was ich wirklich zum rückwärts essen finde das ist es ist wirklich dass man keine videos mehr angucken kann dass irgendwie alles bei youtube so langsam den bach runter geht zensiert wird und und was steckt dahinter was finden aus was für einen grund sind die server so dermaßen überlastet kann ich mir bald nicht denken aber das sind riesige server und es hat auch immer funktioniert also ich glaube nicht dass das youtube aufkommen in der letzten zeit extrem viel höher geworden ist im gegensatz zu früher glaube ich nicht dass es so viel mehr videos hochgeladen werden oder so viel mehr videos angeguckt werden dass der server da probleme mitkriegt naja ich weiß natürlich auch nicht wie es jetzt im ausland aussieht ob es nun wirklich ein deutsches ding ist ob es jetzt in england oder so weiter oder in timbuktu von mir aus das ist mir ganz egal wo ob es da dann genau dieselben probleme gibt oder ob das wirklich nur netzbedingt in der brd brd ist ob man da eventuell versucht youtube ein bisschen zu reduzieren aus bestimmten gründen die wir uns ja nicht so ein bisschen denken können naja auf jeden fall das wollte ich jetzt mal dazu sagen ich wollte mich einfach nur auskotzen deswegen und ja macht langsam keinen spaß mehr also ich warte noch mal ein bisschen ab schauen wir mal was da jetzt noch kommt und ich hoffe mal wenn es dann wirklich an youtube liegt dass sie das problem in den griff bekommen dass man wieder spaß daran hat mal videos zu gucken so in dem sinne Können wir ja mal mitteilen wie es bei euch so ist ob jeder probleme mit habt woran ihr glaubt dass es liegt na also weil viele sagen ja jetzt hier das liegt eben am provider oder was weiß ich oder am netz oder so weiter und so fort ich selber glaube das nicht so ganz weil alles andere im internet wunderbar hinhaut und ob das nun wie gesagt ob das große download sind oder sonstiges nicht gerade aus fishing netzen oder so aber zum beispiel service parks oder oder programme von 500 mb oder sowas das geht alles zack zack da kann man gar nicht gegen gucken nur eben bei youtube beziehungsweise bei flashplayern läuft das im moment nicht so ganz rund so schreibt mir doch mal eure meinung dazu was ihr davon haltet was wie ihr das so einschätzt ob ihr videos gucken könnt also auch in full hd oder so also das ist für mich gar nicht mehr möglich nach der unterste qualitätsstufe und dann ist da schon mal nichts mehr dran und das nächste ist ja ich habe ja auch im mobil mobilen daten stick weil ich ja auch berufsmäßig unterwegs bin viel und auch da ist das nicht möglich also das ist es ganz so sagen kann es ihr darum sage ich ja es kann irgendwo nicht am provider liegen wenn das wenigstens meine meinung also sagt mir mal schreibt mir mal in euren kommen oder in den kommentaren basierter so vermeint was ihr davon haltet wie ihr das so einschätzt und vielleicht finden wir ja mal eine lösung oder vielleicht sollte man youtube mal anschreiben ob da eventuell irgendwas zu machen ist in dem sinne wünsche ich alles gute viel spaß noch oder ansiedelt ciao und 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 Untertitelung des ZDF, 2020